Ja, dieses Gefühl von Neuentdeckung, das finde ich, ist die große, große Stärke beim Thema Loslassen. Und was ich am allerschönsten am Gedanken des Loslassens finde, ist, dass es wirklich eine praktizierte Achtsamkeit und Selbstversorge ist. Hey und herzlich willkommen zu Create & Care, dem Podcast, in dem es um dich und dein eigenes Wohlbefinden geht. Du erhältst von mir hier regelmäßig praktische Impulse zum Aufladen deiner Batterien im Alltag und Denkanstöße für deine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Tanja Kapell alias Frau Höllen und ich bin deine Begleiterin auf dem Weg zu mehr Kreativität und Selbstversorge im Alltag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Folge im Create & Care Podcast. Ja, es sind tatsächlich fast zwei ganze Monate vergangen seit der letzten Impuls-Folge von mir. Und vielleicht hast du es auch schon bemerkt, die letzten Folgen kamen auch eher unregelmäßig und genau das ist tatsächlich auch der Grund für diese Folge beziehungsweise den Folgentitel, nämlich die Kraft des Loslassens. Vielleicht kannst du es dir auch schon denken, ja, dies heute wird die vorerst letzte Folge des Create & Care Podcasts von mir sein. Es wird also sozusagen die Folge 43 der Abschluss der ersten Staffel, wenn man so möchte, nach insgesamt 43 Folgen mit der heutigen Folge und fast einem Jahr Laufzeit. Die allererste Podcast-Folge, Folge 1 ist, ich habe nochmal nachgeschaut, am 4. August 2023 live gegangen. Und ja, damit sind wir jetzt dann fast schon zwölf Monate hintern dran und ja, die ins Land gezogen sind und in denen wahnsinnig viel passiert ist in diesen fast zwölf Monaten. Und warum, wieso, weshalb, das möchte ich dir jetzt erst einmal kurz berichten. Zuallererst möchte ich mal etwas ganz Wichtiges festhalten und zwar, dass dieser Podcast auf jeden Fall auch im letzten Jahr genau die richtige Entscheidung war. Wenn du dir die ersten Folgen des Podcasts angehört hast oder jetzt vielleicht auch im Nachgang nochmal anhören möchtest, dann weißt du, dass es eine sehr schwere Entscheidung war und eine Entscheidung, die wirklich lange gedauert hat, bis es zur Umsetzung dieses ganz besonderen Formats eines Podcasts kam. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und auch das Format an sich und auch das Einsprechen, so wie jetzt von Folgen und dem, ja, dem daraus resultierenden Teilen, ganz freiwilligen Teilen meiner eigenen Erfahrungen als sozusagen auditive Hörimpulse an dich, macht mir immer noch wahnsinnigen Spaß, also ich finde das immer noch eine ganz tolle Sache und auch eine wahnsinnige Bereicherung, rein über den Hörkanal Menschen zu erreichen und zu begeistern und vielleicht auch zum Umdenken zu bewegen, was ja auch Sinn und Zweck meines Podcasts war und ist. Und deswegen möchte ich also auf jeden Fall festhalten, der Podcast an sich war die richtige Entscheidung und macht auch immer noch wahnsinnigen Spaß, aber, und jetzt kommt eben dieses große Aber, was am Ende auch zu der Entscheidung geführt hat, dass ich ihn erstmal loslasse. Er hat natürlich auch vor allem die letzten Wochen und Monate vermehrt zu Druck geführt. Den Druck, ich glaube, den spürt jeder, der anfängt, einen Podcast zu machen. Da startet man mit einer, ja, mit einer wahrscheinlich doch sehr großen Menge erstmal Ideen, die man hat, die man übrigens auch haben sollte, bevor man einen Podcast startet, um erstmal, ja, genug Futter zu haben für die ersten Folgen. Und das wird dann natürlich irgendwann recht dünn. Meine Ideenliste ist tatsächlich zwar noch ziemlich lang und ausführlich, ich könnte also, glaube ich, noch weitere 43 Folgen direkt auf einen Schlag füllen und einsprechen, aber natürlich möchte ich nicht einfach nur dumm rumlabern. Und hier kommt wieder mein Anspruch und mein, ja, mein Qualitätsanspruch, aber auch mein Perfektionismus ins Spiel. Ich möchte natürlich, dass die Folgen, die du dir anhörst, die Zeit, die du mit mir und meiner Stimme hier verbringst, dass die auch wirklich ein Benefit für dich ist. Deswegen versuche ich alles, was ich hier einspreche, vor allem gerade bei den Solo-Folgen, und die sind tatsächlich am aufwendigsten, ordentlich zu recherchieren, meine ganzen Ideengedanken erstmal zusammen zu konsolidieren, in der Reihenfolge zu bringen, aufzubereiten, inhaltlich zu verarbeiten und dann wirklich ein Skript rauszuschreiben, was einfach nur Stichpunkte sind. Also ich lese hier nie was ab, sondern ich mache mir einfach Stichpunkte, damit ich so einen roten Faden habe fürs Einsprechen der Folge. Aber auch das nimmt einfach wahnsinnig viel Zeit in Anspruch, sodass ich ja auch vor ungefähr zwei Monaten schon beschlossen hatte, den wöchentlichen Rhythmus der Veröffentlichungen auf zwei wöchentliche Veröffentlichungen auszuweiten und auszudänen, weil ich da auch einfach schon festgestellt habe, wow, also jede Woche was rauszuhauen, egal ob es eine Impulsfolge, ein Interview oder eine Malmeditation ist, das ist einfach im Daily Business echt fett viel Aufwand, sagen wir es mal so, wie es ist und einfach viel zu zeitaufwendig. Obwohl, das muss man natürlich auch mal ehrlicherweise an der Stelle sagen, ich nicht für den Schnitt verantwortlich bin, ich habe den Schnitt der Folgen, also die Post-Production, von Anfang an in die Hände meiner Podcast-Produzentin Lisa von Podcastly übergeben und da bin und war ich auch wirklich wahnsinnig glücklich über die Entscheidungen und über auch die Durchführung. Also das hat wirklich super funktioniert und kann ich jedem nur ans Herz legen, der so wie ich zwar Bock auf das Einsprechen und das Produzieren der Inhalte hat, aber kein Bock auf die Post-Production und die ist auch echt nochmal eine Latte an Arbeit, die danach folgt, nach der eigentlichen Einsprecharbeit. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja schon gesagt, das ganze inhaltliche Aufbereiten, die Anfrage, das Koordinieren von Gesprächspartnern, die Durchführung der Interviews ist natürlich wahnsinnig zeitintensiv und dazu kommt natürlich auch noch die Aufbereitung der dazugehörigen Blogposts für unseren Blogbeitrag, die Erstellung der ganzen Social Media Content Snippets, der Storys dazu und so weiter und so fort. Also ich habe mal ein bisschen rumgerechnet, ich würde mal sagen, so fünf bis sieben Arbeitsstunden von allen Beteiligten in dem Prozess gehen auf jeden Fall für eine Folge drauf und dann ist halt wirklich mein bisher größtes Manko, an meinen Podcast zumindest und mein Podcast-Format, dass es einfach keine direkten Umsätze erwirtschaftet. Also die Inhalte sind zwar da, die werden auch gut und gerne gehört und geteilt, aber vor allen Dingen können wir es eben einfach nicht eins zu eins tracken, wer denn wirklich über eine Podcast-Folge überhaupt vielleicht auch auf mich aufmerksam wird oder natürlich im besten Fall auch irgendein Produkt kauft. Und das ist wirklich tatsächlich sehr schwierig, da habe ich auch schon viel drüber nachgedacht, wir haben im Team viel gebrainstormt, wie und ob man das irgendwie verändern kann. Wir haben noch nicht so wirklich den goldenen Weg da für uns zumindest gefunden und deswegen macht das eben natürlich den Aufwand für den Podcast immer noch ein bisschen schwieriger in der Argumentierung für alle anderen Aufwände, die man so hat in dem Business. Und deswegen ist der Create & Care Podcast tatsächlich vor allen Dingen, und so war er auch wirklich gedacht, initial ein Marketing-Tool für mich, dass Sichtbarkeit, Authentizität und natürlich ganz viel Nahbarkeit für das Thema Create & Care, also Kreativität, Selbstfürsorge und die Verbindung daraus schafft. Und das ist gut und wichtig und richtig und auf jeden Fall finde ich auch ein sinnvolles Ziel, aber leider befinde ich mit meinem Unternehmen 2024 tatsächlich auch in einer insgesamt wirtschaftlich wahnsinnig angespannten Lage. Ich habe dazu auch in den letzten Wochen schon mal ein Reel mit Video und Bild und Ton aufgenommen, das kannst du dir gerne mal anschauen, da habe ich ein bisschen erzählt, wie es so allgemein der Kreativbranche im Jahr 2024 geht und wie sich, glaube ich, viele aktuell in meiner Situation fühlen, aber natürlich nur die wenigsten oder fast gar niemand darüber so öffentlich berichtet. Ich mache das tatsächlich immer schon sehr transparent, weil ich eine Personenmarke bin, weil ich auch mein Leben als Frau Hölle, als Unternehmerin Frau Hölle so ein bisschen dokumentiere und da auch einer meiner wichtigsten Werte eigentlich so die Transparenz und die Authentizität ist. Und deswegen gehört es für mich ganz natürlich mit dazu, auch solche weniger shiny Situationen und Momente in meinem Unternehmertum einfach öffentlich auf die Bühne zu packen und auch daraus vielleicht wieder andere mitlernen zu lassen. Hier insgesamt haben wir einfach gesehen, dass die Umsätze weiter sinken bei uns im Geschäft, dass die Kaufbereitschaft auch immer, immer, immer weiter hinten hinter unseren eigenen Prognosen, unserem Forecast steht und auf der anderen Seite halt alle Kosten überall ständig nur steigen. Das war schon die ganzen letzten eineinhalb Jahre so, aber natürlich, wenn man weniger Umsätze hat und steigende Kosten, ist das irgendwie eine Bilanz, die nicht aufgeht natürlich. Was uns auch wahnsinnig viel Nerven kostet und Zeit, ist einfach die Unzuverlässigkeit, die immer, immer mehr zunimmt. Also auch Lieferketten werden nicht mehr gehalten. Aussagen, die getroffen werden zu Lieferzeiten, die werden einfach, die sind null und nichtig mittlerweile. Also man kann sich einfach auf nichts mehr verlassen. Man kommt an viele Produkte auch gar nicht mehr ran oder nur in geringer Stückzahl. Das macht dann den Aufwand eines Launches für ein neues Produkt im Shop auch wieder nicht wett. Summa summarum ist es einfach eine wahnsinnig anstrengende Zeit, gerade unternehmerisch, gesamtunternehmerisch gesehen für mich, weswegen ich all meine Kraft, also meine Arbeitskraft in Form von Arbeitszeit in die Umstrukturierung meines Unternehmens für den Fortbestand und den Erhalt meines Unternehmens stecken muss. Das heißt, ja, ich befinde mich gerade tatsächlich in einer Art Überlebensmodus und ich bin in vollster Kampfbereitschaft. Aber unternehmerisch, wie ich da eben denke und auch alles bewerte und betrachte, muss ich zum jetzigen Stand einfach alles eliminieren, was nicht wirklich eins zu eins zum direkten Erhalt meines Running Business führt und Umsätze generiert. Und ja, dazu zählt eben dieser Podcast aus den eben genannten Gründen, weswegen ich mich wirklich in den kommenden Monaten und auch in den letzten Wochen stark auf Produktentwicklung fokussiert habe, auf wirklich die, ja, wir haben ganz, ganz oft die Strategie angepasst und umgedacht im Studio, um zu gucken, wo denn der Weg vielleicht noch hingehen könnte, raus aus dieser Misere. Und wir machen zwar noch ein paar Marketingaktionen, aber wenn, dann wirklich mit einem eins zu eins direkt messbaren Output und Return on Invest. Also sowas wie einfach mal irgendwie eine Folge einsprechen, weil es Spaß macht und aber sechs Stunden Arbeitszeit kostet, ist halt einfach aktuell auch nicht mehr drin. Wie geht es jetzt aber genau weiter? Denn das Schöne ist, zumindest laut der aktuellen Planung ist es kein Abschied für immer und kein Loslassen für immer, sondern erstmal ein Abschied in eine wohlverdiente Sommerpause, die natürlich nur in der Pause dient, sondern vor allem dem dient, was ich gerade erzählt habe, der vollen Fokussierung auf den Fortbestand des Unternehmens. Ja, aber es soll auf jeden Fall laut aktueller Planung nach dem Sommer weitergehen. Gegebenenfalls dann vielleicht in einzelnen Staffeln, gegebenenfalls auch in einem neuen Rhythmus, zweiböchig, vierwöchig, auch das ist alles aktuell noch, ja, to be, das ist krass, wie man so schön sagt, also alles noch offen. Vielleicht haben wir sogar feste Partner ab Sommer dann oder ab Herbst an Bord. Da sind wir gerade in einigen Gesprächen, das würde mich auch sehr freuen und auch mit einem festen Partner, der natürlich auch, ja, teilweise Werbeeinnahmen zu Folgen beisteuert, hat man natürlich dann wieder eine gewisse finanzielle Sicherheit und Absicherung, wenn man Podcast-Folgen produziert. Der Format-Mix wird auf jeden Fall, so glaube ich, doch erhalten bleiben, der gefällt mir nämlich ziemlich gut. Also ein Mix aus persönlichen Folgen, Gesprächen, aber auch wirklich mal meditativen Inhalten, die du einfach nur genießen kannst und für dich mitnehmen kannst. Aber es wird auf jeden Fall ja noch ein paar Neuerungen geben, von denen ich dir jetzt mal noch nichts erzählen möchte. Ja, und tatsächlich steht auch das gesamte Frau-Hölle-Studio aktuell unter dem Damoklesschwert, sag ich mal, der Veränderung und dem großen Thema Loslassen, denn im Rahmen der Umstrukturierung und auch der strategischen Neuausrichtung aufgrund dieser Krise der gesamten Kreativbranche haben wir beschlossen, unser komplettes Produktsortiment massiv zu verschmälern. Also wir haben einen riesigen Ausverkauf gemacht in den letzten Wochen, der immer noch anhält. Wir haben über 50 Prozent aller Kreativprodukte ausverkauft. Wir haben uns von über 50 Prozent der Varianten teilweise getrennt, also Farben einfach rausgegeben und uns jetzt nur noch auf die Hälfte der Farbauswahl beschränkt, weil wir einfach nicht mehr all die Materialien anbieten können und uns auf unsere neue DIY-Kartenwelt fokussiert. Noch dazu bauen wir tatsächlich gerade auch das physische Studio vor Ort in München aus und um, um das dann zukünftig für weitere Events auch im Rahmen von Create & Care nutzen zu können. Soviel schon mal zu der aktuellen Lage im Studio und auch im Podcast. Und ja, Loslassen ist das große Thema dieser Folge. Und Loslassen tut einfach immer weh. Ich glaube, das weiß jeder, das weißt du sicherlich auch, wenn du die Folge gerade hörst und dich an einen persönlichen Moment des Loslassens vielleicht gerade erinnerst. Aber du weißt bestimmt dann auch, dass Loslassen nach dem initialen Kraftaufwand und vielleicht auch der Trauer immer mit dem Gewinnen einer neuen Kraft einhergeht. Und genau deswegen möchte ich diese Folge gerne noch ein bisschen mit Input für dich wieder und Impulsen für dich füllen, wie man denn Loslassen auch im Alltag, in alltäglichen Situationen positiv integrieren kann und positiv wirklich auch zur persönlichen Entwicklung nutzen kann. Ja, die Frage, die natürlich erstmal vorab steht, ist, warum lässt man denn irgendwas überhaupt los? Warum kann man nicht alles behalten, was man so irgendwie im Laufe eines Lebens ansammelt? Warum muss man überhaupt irgendwas hergeben? Ja, einfache Antwort, was halt einfach nicht mehr passt. Und ja, der banalste Grund für, es passt nicht mehr, ist die Größe. Also ich glaube, das kennt auch jeder, wenn ein Kleidungsstück nicht mehr passt. Auch das habe ich in den letzten Jahren, seitdem ich meine Kinder geboren habe, sehr stark und häufig erlebt. In einigen Kleidergrößen bin ich gewachsen, seit meinen zwei Jungs. Da muss man sich halt von ihnen trennen. Dann kann man versuchen, dass man vielleicht noch irgendwie reinpasst und sich aber dann eher schlecht als recht immer ärgern oder einen Sportmarathon antreten, was ich bis heute nicht geschafft habe. Oder man lässt es eben einfach los und trennt sich ja auch wirklich hier von schöner Kleidung, von schönen Jeans, von tollen Sachen, die ich früher tragen konnte, die mir aber einfach nicht mehr passen und mir auch mittlerweile ein schlechtes Gefühl geben, weil ich eben nicht mehr reinpasse. Man kann Dinge aber auch loslassen aus materiellen Gründen, weil sie einfach vielleicht auch keinen Platz mehr haben zu Hause. Auch hier ist große Thema Ausmisten, um das auf den Flohmarkt zu packen. Auch das habe ich dieses Jahr schon erlebt. Ich habe privat sehr viel ausgemistet. Gerade missten wir im Studio immer noch aus, damit wirklich das Studio auch wieder leer ist und frei ist für neue Dinge, die da passieren können. Also materiell kann auch einfach viel belastend sein, was man dann erstmal ausmisten muss, ja, um einfach wieder Platz zu schaffen. Und genauso aber auch inhaltlich. Also das passt ziemlich gut zu der Veränderung meiner geschäftlichen Ausrichtung, den ich dir ja schon mal zu Beginn des Podcasts erzählt hatte, warum, wieso, weshalb ich aus der Kreativbranche komme, aber jetzt war es über Selbstversorgung und Achtsamkeit berichtet. Hört ihr das gerne nochmal an, die ersten Folgen des Podcasts. Ja, weil man sich einfach vielleicht verändert hat und es inhaltlich etwas inhaltlich nicht mehr passt. Also auch persönlich, nicht nur beruflich. Weil man vielleicht auch, ja, einfach einen anderen Ausgleich als Hobby sucht. Vielleicht hat es einem früher Spaß gemacht, irgendwie, weiß ich nicht, Fußballspielen zu gehen oder Tennisspielen zu gehen. Aber vielleicht auch körperlich hat man irgendwie Beschwerden, die es nicht mehr zulassen, dass man dieses Hobby weiter fortführt. Dann gibt es natürlich auch noch die finanziellen Gründe, aus denen man etwas loslassen muss, weil man es sich vielleicht einfach nicht mehr leisten kann oder, ganz wichtig, will. Auch hier spielen die Werte natürlich eine ganz große Rolle. Ja, gewisse Dinge wollte ich mir früher kaufen, die will ich mir jetzt nicht mehr kaufen. Auch hier hat sich mein eigener, mein eigenes Mindset wirklich geschifft, die man auch immer so schön sagt, neudeutsch, und verändert. Und ich gebe mein Geld auch mittlerweile auch natürlich durch die Kids für ganz andere Dinge aus als früher noch. Und die Werte sind mir wirklich ein wahnsinnig großer, wichtiger Punkt, finde ich, auch beim Thema Loslassen. Wenn man sich seiner eigenen Werte wirklich bewusst ist, was ich finde eine ganz, ganz große Leistung ist, aber auch eine wichtige Leistung im eigenen Leben, dann kann man eigentlich immer mal wieder abklopfen, ob die Werte noch denen entsprechen, was man gerade so tut im Leben oder ob, andersrum gesagt, das, was man tut, den eigenen Werten entspricht. Und dann kommt man eigentlich immer wieder ganz automatisch auf Dinge, Personen oder Menschen oder Materielles, wie wir schon gesagt haben, die man vielleicht eher im Sinne der Werte loslassen sollte, weil es ethisch vielleicht auch einfach nicht mehr passt. Und ich glaube, was auch jeder kennt, ist, menschlich persönlich loszulassen, Freunde, Partner ziehen zu lassen, weil man sich einfach auseinandergelebt hat, weil man auch hier wieder andere Werte vielleicht entwickelt hat, weil man eine Familie gegründet hat, andere vielleicht nicht die Familie haben, andere Werte leben, andere Ziele verfolgen, andere Prioritäten haben im Leben. Und auch das führt ganz oft zum Loslassen von Menschen oder auch vom Mitarbeitern. Also ich selbst bin in der Situation, ich habe schon mit Mitarbeiter gehen lassen müssen, das ist immer sehr, sehr schwer als Unternehmerin und Geschäftsführerin. Ich war aber auch schon selber in der Situation, früher vor meiner Selbstständigkeit, dass ich als Angestellte die Kündigung eingereicht habe und gesagt habe, so, ich lasse jetzt bei dir los. Beide Seiten sind ziemlich unschön und kosten auch hier natürlich wahnsinnig viel Kraft. Ja, Kraft ist ein gutes Stichwort, kapazitär. Die Kapazität, egal ob zeitlich oder auch kraftressourcentechnisch, kann auch ein ganz wichtiger Grund sein, weshalb man Dinge loslässt, weil man einfach keine Zeit mehr für sie hat. Auch hier, bestes Beispiel in meinem Leben, Kinder verändern auch hier vollkommen die Kapazität im Leben, sowohl zeitlich als auch körperlich. Ich glaube, da kann jede Mama auch und jeder Papa ein Lied von singen. Viele Sachen gehen einfach nicht mehr, weil auch die Zeit einfach dafür nicht mehr da ist. Früher habe ich nächtelang durchgearbeitet und nächtelang, stundenlang gemalt, wenn ich im Floh war. Das könnte ich mir heute gar nicht mehr leisten, zeitlich und auch körperlich, weil ich weiß, es kann sein, dass um vier oder fünf Uhr irgendjemand neben mir im Bett steht. Örtlich, oh ja, auch ein ganz großer Grund, etwas loslassen zu müssen oder auch freiwillig aktiv loszulassen. Man zieht um und ist einfach woanders und ist dazu gezwungen, Dinge loszulassen aus der Vergangenheit. Und geistig und emotional möchte ich auf jeden Fall auch nochmal ansprechen, ist es manchmal auch wichtig und absolut notwendig, Dinge ziehen zu lassen und abzugeben. Wenn es nicht mehr gut tut, etwas sich nicht mehr gut anfühlt oder auch ein Gefühlschaos verursacht, dann ist es eher, sagt man ja auch so schön, schlecht als recht und vielleicht wirklich eher ein Ballast und ein Klotz am Bein, als dass es dich irgendwie weiterbringt im Leben. Und ja, natürlich beruflich kann man auch und sollte man immer mal gucken, auch hier und die Werte abklopfen, was passt noch, was passt nicht mehr, vor allem in der Selbstständigkeit, wo man ja sein eigener Chef, seine eigene Chefin ist und wirklich, finde ich, vor allen Dingen dann nach seinen Werten immer handeln sollte. Und wenn man etwas beruflich nicht mehr fühlt, weil man sich auch persönlich weiterentwickelt hat und als Selbstständige, Selbstständiger verkörpert man ja seine eigene Seele sozusagen, sein eigenes Wesen, dann sollte man es auf jeden Fall loslassen. Also wenn es mich jetzt gerade nicht mehr vorwärts bringt, sondern eher hindert am Vorankommen, dann lasse ich es doch bitte los. Und auch wenn ich jetzt gerade einfach andere Prioritäten habe, so mit dem Podcast und jetzt meine Unternehmensstrukturierung und der Neustrategie, auch dann muss ich mich von etwas trennen, muss ich etwas loslassen, weil es jetzt einfach gerade nicht mehr reinpasst. Ja, summa summarum, loslassen fühlt sich tatsächlich ganz oft erstmal super negativ und super schmerzhaft auch an, weil man natürlich im ersten Moment erstmal etwas verliert. loslassen, ziehen lassen, auch wenn du dir das bildlich vorstellst, etwas mit den Händen loslassen, heißt erstmal, ja, wirklich etwas verlieren, etwas gewohntes Verlieren und erstmal, ja, wirklich lost dastehen. Also du musst dich erstmal, nachdem du etwas loslässt, neu ausrichten. Du fühlst dich wahrscheinlich erstmal vielleicht auch hilflos, gerade wenn du etwas emotional loslässt. Wir haben vorhin über Menschen gesprochen, aber auch wenn du etwas geistig loslässt, wenn du ein Hobby loslässt, dann musst du erstmal gucken, was du mit deiner Zeit machst, wo du wieder vielleicht einen neuen Anschluss findest, persönlich, aber auch inhaltlich, was dir wieder neue Kraft gibt. Musst erstmal ausprobieren, neue Sachen entdecken und auch das kostet erstmal Kraft, also zu experimentieren und dann immer zu rekalibrieren, was einem jetzt vielleicht gut tut, auch beim Thema Selbstfürsorge, sich da immer wieder neu zu entwickeln und zu hinterfragen, das kostet erstmal Kraft und vielleicht auch etwas wieder ziehen zu lassen erstmal. Das kostet erstmal Kraft und macht auch ganz oft erstmal keinen Spaß. Man hat also erstmal wirklich das Gefühl beim Thema Loslassen, dass man sehr, sehr viel gibt, finde ich und vor allen Dingen Energie verliert. Es ist also erstmal so ein Gefühl von, boah, jetzt, also wo ist jetzt hier das Schöne am Loslassen? Das fühlt sich erstmal scheiße an und ich finde am besten, so vom Bild her kann man sich das immer vorstellen, wenn man zu Hause ausmistet, wenn man wirklich materiell Dinge zu Hause ausmistet und das weiß jeder, der schon mal umgezogen ist, dieses Ausmisten eines gesamten Haushalts vor einem Umzug und Anfassen jedes einzelnen Gegenstandes und Prüfens auf Sinnhaftigkeit oder nicht in der zukünftigen Wohnung oder auch Platz oder nicht, ist unfassbar anstrengend. Also ich weiß immer noch bei den letzten Umzügen wie fix und foxy ich einfach war, war geistig, aber auch körperlich und auch vor ein paar Wochen habe ich nur ein bisschen was zu Hause aussortiert für einen kleinen Flohmarkt und mir danach immer gedacht, nach drei Stunden, als ich für mich als wäre ich im Marathon gelaufen. Das hat mir so viel abverlangt, mich von Dingen zu trennen und die auszumisten und auch bei jeder einzelnen Sache immer wieder die Entscheidung zu treffen, darf es bleiben oder muss es gehen? Wow! Also erstmal steht man da wirklich vor einem riesigen Energie-Invest. Aber das Schöne ist ja und das ist auch etwas, was wir lernen mit der Zeit und mit der eigenen Entwicklung, loslassen ist am Ende, wenn man diese Energie einmal investiert hat, immer und garantiert auch etwas, was Energie gibt und sich positiv auswirkt. Denn wenn man sich von Ballast trennt, wenn man sich physisch oder auch psychisch von etwas verabschiedet, dann ist es weg. Erstens ist es weg und kann nicht mehr für Unheil sorgen. Also materiell, gedanklich, menschlich, emotional, you name it, es ist erstmal weg. Also etwas, was mir, was dir nicht mehr gut tat in der Vergangenheit, ist jetzt in der Gegenwart weg. Ist abgegeben, können sich andere damit beschäftigen. Und das ist ja eben das, wo der Gewinn drin steckt. Denn man kann etwas Neues entdecken, erleben, man kann den Fokus neu ausrichten, man kann sich neu ausrichten, man kann und man hat Platz für Neues. Entweder im Kleiderschrank oder in der Freundesliste bei WhatsApp oder vielleicht auch geistig im Kopf, wenn man etwas Neues entdecken will, wenn man sich etwas Neues aneignen will und etwas anderes erstmal loslässt. Also dieses, ja, dieses Gefühl von Neuentdeckung, das finde ich, ist die große, große Stärke beim Thema Loslassen. Und was ich am allerschönsten am Gedanken des Loslassens finde, ist, dass es wirklich eine praktizierte Achtsamkeit und Selbstfürsorge ist. Und hier lege ich dir nochmal ganz, ganz stark die erst kürzlich erschienene Folge 41 ans Herz, warum Selbstfürsorge sich nicht immer gut anfühlt. Da habe ich ja mit der Ulrike wirklich auch viel drüber geschnackt, ja, warum, ja, warum sich Selbstfürsorge nicht immer gut anfühlt oder anfühlen muss. Denn die Voraussetzung für das Loslassen von etwas ist ja erstmal das Reflektieren über etwas. Wie gesagt, wenn man zu Hause ausmistet, muss man erstmal reflektieren oder darüber nachdenken, was man denn loslässt. Also man beschäftigt sich in dem Moment intensiv mit etwas und im besten Fall eben mit dir selbst. Und in dem Moment, wo du dich mit dir selbst beschäftigst und fragst innerlich, ist es gut oder ist es schlecht? Kann es bleiben oder muss es gehen? Praktizierst du eigentlich schon Selbstfürsorge? Die Beschäftigung mit dir selbst, die innere Verbindung mit dir selbst und diese aktive Kommunikation mit dir selbst, ja, das, das ist die Selbstfürsorge. Und ja, die fühlt sich halt nicht immer gut und geil an, aber die ist auch manchmal einfach, nicht manchmal, sondern die ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens und deiner mentalen Gesundheit. Und loslassen bedeutet am Ende des Tages immer das Ich, das Du, das Wir eine ganz aktive Entscheidung für oder gegen etwas treffen und damit völlig Herr unserer Sinne sind, zum einen aber auch unser Leben, aktiv selbst bestimmen. Und wie geil ist das denn? Genau das wollen wir. Wir wollen unser Leben selbst bestimmen. Wir wollen uns nicht von irgendwas bestimmen lassen. Wir wollen nicht irgendwie im Hamsterrad ständig nur reagieren. Wir wollen ja agieren. Wir wollen aktiv sein. Genau das ist quasi der Inbegriff von loslassen. Du förderst damit wirklich massiv Deine Selbstwirksamkeit und auch Dein Selbstbewusstsein. Denn in dem Moment, wo Du loslässt, etwas aufgibst, etwas abgibst, sagst Du zu etwas Nein. Das ist ja quasi Loslassen. Du sagst Nein zu dem Schuhkarton, der Hose, dem Freund, der Freundin, dem Eisbecher, dem Hobby, der Gitarre, dem Konzert vielleicht auch, was auch immer, Du sagst Nein. Und ja, das kostet Kraft und fühlt sich erst mal richtig, richtig scheiße an. Immer eigentlich. Aber loslassen macht auch frei. Und ich möchte hier zum Abschluss wirklich noch ein Zitat einbringen, was mir immer ganz, ganz viel hilft, wenn ich denke, wie wahnsinnig schwer es jetzt wieder ist, dies oder das loszulassen und ziehen zu lassen und ich eigentlich keinen Bock drauf habe. Denn nur wer loslässt, hat die Hände frei. Und, das füge ich noch hinzu und ergänze ich noch, nur wer die Hände frei hat, der hat auch die Möglichkeit, Neues zu entdecken, Neues zu fühlen, Neues anzufassen und zu erleben. Und ich finde, da schließt sich wirklich ganz schön der Kreis aus Selbstfürsorge, Achtsamkeit und dem Thema Loslassen, Ziehen lassen. Und vielleicht hat dir ja meine Review und mein Fazit über das Thema Loslassen ja auch so ein bisschen vielleicht auch Mut gegeben, wenn du gerade auch ein paar Dinge in deinem Leben hast, die dich belasten, die dir einfach nicht gut tun. Und du merkst, wenn du wirklich mal in dich hineinspürst, das ist es einfach nicht mehr. So wie jetzt eben mit dem Podcast zum jetzigen Zeitpunkt, dass du es vielleicht einfach mal loslassen solltest. Und das Schöne ist ja auch am Loslassen, es ist ganz, ganz oft keine Entscheidung für immer, es ist eine Entscheidung für jetzt gerade. Ganz oft gibt es nämlich bei all diesen Dingen im Leben die Möglichkeit, vielleicht nochmal irgendwann wieder zurückzugehen, den Podcast nochmal zu reaktivieren, was ich ja auch schon vorhabe sogar, mit der Freundin vielleicht nochmal neu anzufangen, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. Sogar Partnerschaften haben sich nach einer gewissen Auszeit wiedergefunden. Dazu gehört meine Partnerschaft übrigens auch, mein Mann. Also ganz, ganz oft geht es ja auch danach nochmal weiter, nach dem ersten Break. Aber jetzt zu fühlen, was ist jetzt gerade und diese aktive Entscheidung zu treffen, das ist die Kraft des Loslassens. Ja, und wie geht es jetzt mit diesem Podcast weiter? Nochmal kurz und knapp zusammengefasst. Es wird also auf jeden Fall nach den Sommerferien wahrscheinlich ab circa Mitte September neue Folgen geben. Bis dahin kannst du natürlich noch alle alten 43 Folgen anhören, weiterempfehlen. Die Pumpuls-Folgen, die Gespräche mit vielen, vielen tollen Gesprächspartnern und Partnerinnen, die ich hatte, die mich sehr stolz machen übrigens und natürlich auch die Malmeditationen für deine eigene kleine kreative Auszeit zwischendrin. Du kannst auf jeden Fall auch mein Newsletter abonnieren für sämtliche News zum Create & Care Podcast, aber auch zu allen anderen Create & Care Produkten, die sich gerade in der Entwicklung befinden. Spoiler, Am 1. Juli wird der Create & Care Club gelauncht, unsere monatliche Mitgliedschaft für sämtliche Inhalte und monatliche Wechselinhalte zur Kreativität, aber auch zur Selbstfürsorge, zur Achtsamkeit und der Verbindung daraus und vor allen Dingen ein Safe Space, um sich mit anderen Gleichgesinnten zu vernetzen. Schau da also unbedingt mal vorbei. Und natürlich kannst du mir auch einfach auf Instagram, auf adfraholle folgen für tägliche Einblicke in mein verrücktes Leben als Unternehmerin, Künstlerin, Mutti, Partnerin, Freundin und vieles, vieles andere noch mehr. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer, egal wo du ihn verbringst, wo du dich befindest. Pass auf jeden Fall immer gut auf dich auf und lass dich von allen vermeintlichen Sommer-To-Dos auf keinen Fall mitreisen, denn du alleine zählst und das, was du alleine brauchst, fühlst und wälzt. Ich freue mich auf dich im Herbst. Deine Tanja Die Tanja Und зай explain Die Tanja Idee Die Tanja Dore